Mit dem Digit HD 8 Plus, einem digitalen SAT-Receiver von Technisat, geht es um Empfangsvielfalt, um Empfangsqualität in HD natürlich auch und vor allen Dingen um die Ausstattung und um die Leistungsmerkmale. Er hat die neue Techni-Family-Funktion, er kann sogar aufnehmen und vor allen Dingen ist beim Digit HD 8 Plus das HD Plus Programmpaket via Satellit natürlich auch schon inklusive für die ersten zwölf Monate, so dass Sie mit dem Receiver freie, unverschlüsselte Fernsehprogramme empfangen können. Sie haben die Möglichkeit der Aufnahme, der Techni-Family-Funktion, der Digi-Butler-Services sind mit dabei, er richtet sich von alleine ein. Aber was ich wirklich richtig wichtig finde, ist, dass die Fachpresse genau der gleichen Meinung ist und er ist mehrfach ausgezeichnet worden in der Fachpresse, so dass wir sagen können, das Gerät hat natürlich den Teststick in der SatVision, die Audio-Video-Foto sagt gut und was ich toll finde, die Heimkino mit Oberklasse und sehr gut. Mit dem Digit HD 8 Plus haben Sie die Empfangsvielfalt der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender natürlich und das Tolle ist, wenn wir uns mal die Kanäle alle anschauen, dann können Sie natürlich die öffentlich-rechtlichen sehen, mittlerweile auch in HD-Qualität. Dann ist das HD Plus Paket mit dabei für die ersten zwölf Monate, Pro7 HD, Kabel1 HD, Vox HD, SAT1 und RTL HD und natürlich alle anderen weiteren Programme. Wie Sie hier oben schon sehen, können Sie bis zu 822 Kanäle jetzt hier gerade aktuell empfangen. Ich wechsle jetzt einfach mal zu SAT1 HD, denn das Tolle ist, es gibt auch Sender, die bieten unterschiedlich regional abhängig verschiedene Formate an. Und wenn Sie auf Optionen klicken, dann sehen Sie hier ganz schön, es gibt SAT1 natürlich mit einem Regionalfenster für Bayern, für den Norden, für NRW und natürlich SAT1 HD und das schauen wir jetzt gerade. Ich habe gerade schon von dem DigiButler-Service gesprochen und das finde ich einfach toll, denn beim DigiButler-Service kümmert sich das Gerät alleine darum, dass Sie den perfekten Fernsehempfang haben. Er richtet sich von alleine ein, das ist das sogenannte Auto-Install. Die Programmlisten werden immer wieder automatisch aktualisiert, also falls die Sender mal Ihre Reihenfolgen oder Ihre Kanäle wechseln. Ihre TV-Liste bleibt erhalten. Er kümmert sich natürlich darum, dass das wieder richtig einsortiert wird. Dann ist die Sie-Fern-Info mit dabei. Ein Tastendruck auf der Fernbedienung offeriert mir eine komplette Übersicht, was jetzt gerade läuft und was zukünftig in den nächsten sieben Tagen gezeigt werden wird. Und mit dieser Funktion haben Sie immer eine aktuelle Programmzeitschrift und können halt sich dann immer Ihre Lieblingssendungen heraussuchen. Dann hatte ich gerade noch gesagt, die neue Techni-Family-Funktion. Denn wenn Sie Kinder zu Hause haben, dann stellt sich immer die Frage, was sehen die für Fernsehsender, wie lange gucken die denen jetzt schon Fernsehen. Und mit der Techni-Family-Funktion, die Sie über das Menü erreichen können, Menü, Einstellungen, Jugendschutz, da finden Sie dann die Kinderzeit-Konten. Und da habe ich schon mal das Konto für die Ina eingerichtet. Ina darf heute noch maximal anderthalb Stunden Fernsehen gucken, hat sie heute noch gar nicht angefangen. Und vor allen Dingen kann ich hier auch natürlich die Zeit einstellen. Das finde ich wichtig. Wochentags, Montag, Sonntag, Freitag von 14 bis 18 Uhr, maximal anderthalb Stunden Fernsehen. Am Wochenende ist die Zeitspanne dann ein bisschen größer. Man darf auch ein bisschen mehr Fernsehen. Und so können Sie sich immer sicher sein, dass Sie wissen, wann guckt mein Kind überhaupt Fernsehen, wie lange insgesamt und vor allen Dingen auch welche Sender. Denn nicht jedes Programm ist für jede Altersstufe geeignet. Wichtig ist natürlich auch, wenn Sie jetzt schon in HDTV sehen, dann geht es natürlich auch darum, wie kann ich das Ganze aufzeichnen und wie kann ich das Ganze überhaupt empfangen. Und diese HD-Plus-Karte gehört ja bereits zum Lieferumfang und die muss natürlich in unseren Receiver mit hinein. Das heißt, auf der Vorderseite befinden sich nicht nur einige Bedienelemente, wie zum Beispiel der Power-Schalter oder nochmal ein paar Bedienknöpfe, falls die Fernbedienung nicht verfügbar sein sollte, sondern Sie haben unter dem Display natürlich auch eine kleine Klappe. Die öffne ich jetzt mal für uns. Und dann können wir mal von links nach rechts schauen, welche Anschlussmöglichkeiten da noch gegeben sind. Da haben Sie hier zum Beispiel einen USB-Einschluss an der Front. Da können Sie einen Datenspeicher-Stick, eine Kamera oder eine Festplatte anschließen. Dann haben Sie einen SIM-Card-Reader, einen normalen Kartenleser für Fotokarten zum Beispiel, die Sie haben. Da steckt die Karte jetzt HD-Plus hier oben schon in dem Smart-Card-Reader mit drin. Darunter haben Sie noch einen Compact-Flash-Eingang für die großen Fotokarten, sage ich mal. Und an der Seite noch zwei sogenannte Common Interfaces. Denn das Gerät unterstützt von Hause aus schon das Entschlüsselungssystem Konax und Nagra-Vision. Nagra-Vision brauchen wir natürlich für HD-Plus. Das ist alles bereits schon vorbereitet. Wenn Sie noch weitere andere verschlüsselte Fernsehsender mit weiteren Verschlüsselungssystemen empfangen möchten, dann haben Sie hier natürlich die beiden sogenannten Common Interfaces. So, hier läuft jetzt gerade noch eine schöne Serie. Die möchte ich ganz gerne aufnehmen. Deswegen drücke ich jetzt hier einfach mal auf Rekord und schon startet die Aufnahme ganz von alleine. Das Programm wird jetzt schön mitgezeichnet. Und warum das Ganze und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Das heißt, ich habe jetzt hier schon aufgenommen. Ich drücke jetzt mal auf Stopp, sage bitte speichern. Und dann habe ich die Möglichkeit, über die blaue Taste auf der Fernbedienung ein Menü aufzurufen, wo ich dann wählen kann, möchte ich Fernsehen, möchte ich Radio hören, möchte ich Musik oder Bilder sehen oder möchte ich auch gerne meine eigenen Aufnahmen sehen. Da klicke ich jetzt mal drauf und siehe da, da verbirgt sich ein kleiner Speicherstick. Und den zeige ich Ihnen gleich mal. Aber wichtig ist natürlich, die Aufnahmen werden richtig schön sortiert. Sie können sie programmieren, natürlich auch über die Siefern-Info. Und jetzt gucken wir mal, wo ich überhaupt aufgenommen habe. Und da werde ich Ihnen mal was zeigen. Achtung, auf der Rückseite befindet sich noch ein sogenannter USB-Anschluss. Und da habe ich jetzt gerade einen Speicherstick eingesteckt. So, da ist er. Dieser Speicherstick, den gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Damit kann ich jetzt wunderbar aufzeichnen. Von dem kann ich mir auch Fotos, Videos und Musik anschauen. Oder, wem das nicht reichen sollte, der kann dann natürlich auch eine sogenannte Festplatte anschließen. Und mit dieser Festplatte habe ich dann natürlich noch viel mehr Aufnahmekapazität. Das heißt, Sie machen dank dieser Speichermöglichkeiten aus dem Digit HD 8 Plus auch einen vollwertigen Recorder mit zeitversetztem Fernsehen, mit dem sogenannten Timeshift, mit der Aufnahme direkt oder natürlich auch mit der Programmierung, dass wenn Sie nicht zu Hause sind, das Gerät trotzdem Ihre Lieblingssendungen aufzeichnet. Wichtig ist natürlich, das Gerät kommt nicht ganz nackt nach Hause, sondern wir haben im Lieferumfang natürlich noch einige Sachen mit dazu gelegt. Das ist das Paket. So haben Sie den Digit HD 8 Plus als allererstes. Und da drin steckt eine ganze Menge. Natürlich erstmal der HD 8 Plus. Die Komfortfernbedienung inklusive Batterien ist natürlich auch schon mit dabei. Sie haben dann natürlich auch die Option, dass das Netzteil natürlich mit dazu gehört. Und ganz zu guter Letzt auch ein HDMI-Kabel. Wenn Sie schon in der hochauflösenden Qualität empfangen, dann haben wir auch das passende Kabel dazu, um das natürlich auch an Ihr Fernsehgerät weiterzugeben. Es gibt aber noch weitere Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite und die zeige ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz. Und zwar fangen wir wieder ganz links an. Erstmal ganz wichtig, das ist der Anschluss für Ihren, ja, Satellitenempfang. Da kommt die Satellitenanlage heran. Dann haben Sie hier, wie es so schön sieht, Ausgänge, einmal in der Komponentform. Dann haben Sie den Videoausgang mit dem normalen Sound hier zum Beispiel für die Stereoanlage. Sie können das Gerät auch via SCART an Ihren Fernseher anschließen. Sie haben einen SCART-Eingang, vielleicht noch für einen alten DVD oder Videorekorder. Dann haben Sie den HDMI-Ausgang. Das ist der Anschluss für das digitale Bild und den digitalen Ton. So direkt zum Fernsehen. Haben Sie ein Heimkinosystem, können Sie den Ton via Coax oder optisch an die Heimkinoanlage geben. Da geht es dann um Dolby Digital, um Raumklang. Dann haben wir hier den USB-Anschluss, wo ich gerade schon meinen Speicherstick angeschlossen habe. Und es gibt hier oben noch einen sogenannten Netzwerkanschluss. Damit können Sie das Gerät mit Ihrem Computer verbinden, können sich da direkt Daten aufrufen und anschauen. Aber, kleiner Tipp, es gibt auch bei Technisat den WLAN-Adapter, dass Sie dann auch drahtlos die Geräte verbinden können. Zu guter Letzt, das Gerät ist natürlich ein Energiesparer. Und was ich toll finde, Technisat hat hier sogar an den Ein-Ausschalter gedacht. Also da wirklich Energiesparen pur. Hier ist der Netzanschluss. Und der Digit HD 8 Plus ist halt wirklich ein ausgezeichnetes Gerät. Ich kann Ihnen nur empfehlen, er ist ready für die digitale Zukunft. HD-TV-Sender, normale Fernsehsender, freie, verschlüsselte und vor allen Dingen zwölf Monate auch schon das HD Plus-Paket ist mit dabei. Viel Spaß beim Fernsehen.